In einer Welt, die von Mobilität, ständigem und schnellem Informationsaustausch und technischem Fortschritt geprägt ist, überdenkt auch die deutsche Schule Golerio Allemann ihre Zielvorstellungen und setzt dabei ihren Schwerpunkt auf das kreative Potenzial ihrer Schüler. Sie bildet junge Menschen solide aus. Er zieht zu einer sozialen Verantwortlichkeit mit dem Ziel, zwei verschiedene, aber sich ergänzende Kulturen wie die mexikanische und die deutsche harmonisch zu verbinden. Eine anerkannte Ausbildungseinrichtung, 1894 in Mexiko gegründet, fördert ihre Schüler, um sich den großen Herausforderungen unserer Zeit und der Zukunft zu stellen. Die deutsche Schule führt die Schüler über ihre Grenzen hinaus, indem sie auf die Fähigkeiten eines jeden eingeht. Deutsche Schule, Collegio Allemann Alexander von Humboldt Untertitelung des ZDF, 2020